Ich mach ne Mann, dass der Toh grad spinnt Oh, jetzt bin ich Kurz gucken, warum nicht der Toh los ist Oh, okay, ja Ich hätte eben irgendeiner mit nem Flammenwerfer getötet Äh, ich wurde grade Was war das? Wir da Okay, ich wurde grade irgendwie mit nem Wurfmesser getötet, glaub ich Wurfmesser? Ja, und unser Team verliert schon wieder Weil die ihren Wagen schon wieder im Ziel haben Fast Ja Mach mal ein Bedenken Ach, da bist du Ich werd die ganze Zeit... Achso, nee, Feuer, klar Hm... Ich auch mal Palo Pyromane Man hört mich noch, oder? Ja, ja, klar, klar Weil man hätte, du heißt ja Ja, ja Kann sein, dass das nochmal wieder kommt Ja, nö, aber Im Moment geht alles Da ich mich selber höre und so lange ich mich selber höre und so Da ich mich selber höre, ist alles okay Ich hab so eingestellt, dass ich mich selber höre Okay, ich werd von irgendeinem geheilt Aber find ich gut Oh, oh, Feuer, Feuer! Oh, cool Hab ich auch mehr Kraft dann, oder, äh, wenn ich geheilt werde? Oder bin ich einfach nur Quasi unverwundbar? Oh Ähm, also wenn du geheilt bist, hast du mehr Kraft und, ähm Ja Ja Ja, und so Okay, ich brauch jetzt auf jeden Fall mal HP, ich hab noch 60 70 Ja, 60 Also ich könnte gerade mal ein paar Sachen gebrauchen Ich bin gerade hier hinter unserem Wagen Äh, ich bin gerade hier hinter unserem Wagen Was? Fortschritt vom Gegner? Oh ja, da stand einer direkt neben mir Errungenschaft freigeschaltet Rasputin Aha Bist du tot? Ja Äh, wieso hab ich nur zwei Achso, öfter als bisher Kommst du da zum gegnerischen Wagen? Aha, bin unterwegs Ne Da bist du Da bist du Super Da oben Na ja, ich hab ihn gesehen Ähm, was hat der da bitte? Gut Mist Doch mal ein paar, oh Kein besser Ich schau mal hier links rein Bist du noch bei mir? Ne, bin gerade gestorben Na komm Auf jeden Fall ist das ein besseres Server als eben Jo Alter Scheiß bei Oh, jetzt wurde ich gerade Ich wurde gerade erstochen von einem Typen Okay, ich wurde gerade von einem Typen mit Flammenwerfer getötet Hab ich gesehen Aber irgendwie kriegen die ihren Wagen gerade auch nicht, äh, weiter Wow Oh Oh ja, wir haben verloren Okay, wollen wir nochmal, äh, einen Server wechseln? Können wir machen Okay Dann, bis gleich So, jetzt sind wir hier zurück auf der Map 2 Fort Flagge erobern Ähm Welcher Stream? Äh, weiß nicht, ich haben beide zwölf Leute jeweils, sag du was Ähm Ich bin mal ein Team Rot Okay Ich gehe mal als, äh, Demoman rein Ich habe da nämlich gerade von, äh, Mario eine Mütze bekommen, die mir irgendwas bringt Dieser Server schützt Aufnahmen, ja danke, ich nehme schon so auf Hallo So, äh, was müssen wir denn hier machen? Flaggen erobern war es, ne? Ne, komm mal her Äh, warte, wo bist du? Hinter Na, warte mal Na Ah ja, da, ich sehe dich, ja, und? Sieht mein Demoman aus Okay, du hast ne Flasche, ne? Mhm Ach, ich auch Aber dafür auch ein anderes gutes Item Guck mal So, da bist du? Uh, yo, wie machst du das? Das ist mit nem Item, was ich da hab, diese Füße da Cool Äh, okay, gut, wo müssen wir lang? Und was müssen wir machen? Hm Wir müssen aufpassen, dass, ähm, unsere Gegner das Geheimmaterial nicht zerstören Äh, ne, mitnehmen, so Das heißt, wir verteidigen? Ja, sozusagen Äh, wo muss ich hin dafür? Ähm, bis du vielleicht seh'n, ich muss nämlich nochmal den Charakter wechseln, weil ich mit ähm, den Demoman nicht gut spielen kann Ui So, hier geht's runter Jaja, da musst du hin, da musst du hin Achso, du weißt, wo ich bin? Jaja, ich kann nicht sehen Ich bin wohl das grad abgeschossen Ja, aber von meinem eigenen Ja, es gibt manchmal so Leute, die So, doofs, äh, ha, ha, ha Ha, ha Killed Jetzt bin ich wieder bei uns in der Base, hä, wüsst, wie? Wo muss ich denn lang? Warte mal Wer hat das Geheimmaterial, ne? Du bist in der Base Ich hab das Wohin? Wohin bring ich's? Wohin bring ich das Geheimmaterial? Ja Zurück zur Base Äh, komm mal mit Ja, ich bin grade hier in diesem Warte mal Komm mal, komm mal mit hier Wo bist du? Komm mal mit Da, ja, ja, wohin? Ich folg dir Ich hab das ja jetzt noch einstecken Hier runter Hä, da bist du ja grade hochgelaufen wieder Ja, da musst du hier hin Ja, aber ich hab's doch grade schon mitgenommen, das Material Das ist ja von unserer Base und nicht von der feindlichen Base Ach so Und was machst du jetzt? Muss ich hier hinbringen So Das haben wir gewonnen Sozusagen Ich hab jetzt nicht genau verstanden, was ich gemacht hab, aber Hab ich jetzt unser Geheimmaterial zurück in unsere Base geholt oder das Feindliche zu uns? Nein, bloß das Feindliche zu uns Ach so, okay, also haben wir gewonnen Gut Ja, und ähm Schön Machen wir weiter so, würde ich sagen So Und du bist einer anderen Welt als ich Ach, es gibt mehrere? Ja, ja Ich warte mal hier, wo wir eben waren Ähm, wo diese Treppe nach unten war, ne? Dieser, dieser lange Gang, der so immer um Ecken ging Ja, ja, ich weiß Genau, da bist du Gehen wir mal hier runter, würde ich sagen Wir müssen die rote Kiste, die man so halb durch die Wand sieht, äh, klauen, ne? Beschützen, die rote müssen wir beschützen, dann die blaue müssen wir klauen Ach so, wo ist die blaue? Ähm, die ist auf der anderen Seite, aber da fehlt es dir momentan noch nicht hinzugehen Okay Also die hier verteidigen Ja, die beschützen Dann kämpfe ich mich mal hin und deck diese Exit Tür, die Linke, ne? Oh Zum Glück, zum Glück ist es ja nicht wie ein COD und hier sagen gleich alle Camper Ja, ähm, aber Ich, nein, ich nehme mal die andere Waffe, die mal, ist das eine Pistole oder eine Maschinenpistole? Die hier, ähm Die sekundäre Waffe Die eine Waffe, die eine Waffe ist, ähm Ach ne, die wirft ihr auch nur Ach so, jetzt trock mal, trock mal rechtsklick Uh, cool Was ist das? Granatenhaftbombenwerfer Okay, cool Kannst du auch Ich find's schade, dass der hier so, so verzögert schießt, also der schießt, das bewegt sich Oh Mist, da kommen welche Äh, du kannst dich bisschen zurückziehen, ich hab hier mal ein paar Minen hingeworfen Oh Mist Jetzt bin ich auch tot Äh, ich hab aber einen getötet zusammen mit dir Mhm Ich find die Karte 2 fort im Allgemeinen ganz gut Wir haben's gerade verloren, unser Zeug ist weg Unser Material Ich, oder? Glaube, unser, ne, hä, ist wieder da? Hört man mich? Ja, dann hörte ich Gut Ich wechsel jetzt mal, ähm Äh, ist jetzt unser Geheimmaterial noch hier oder nicht mehr, weil hier liegt ne Box vor mir Man hört mich Naja Doch, man hört sich gut Okay, dass man mal eben Bin jetzt mal anderer, oder ich spiel's was anderes Wo bist du? Bei uns an der Base Ah, okay Äh, was passiert da gerade mit unserer Box? Die liegt jetzt nur an unserer Box Du beschreibst dich direkt daneben Achso, du musst aufpassen Ähm Dass die jemand mitgenommen hat Ne, ne, die liegt ja noch da Naja, aber die hat jemand mitgenommen Was mach ich jetzt damit? Warten, hoffen, dass keine Ahnung, äh Wo Ich, hab mich selbst getötet, glaub ich Warten, womit konnten wir nochmal Charakter wechseln? So Nimm jetzt Heavy Mach Ja Ja Äh Äh, wir haben, wir führen jetzt schon wieder, ne? Ja So Einen hab ich nicht töten Nee, ich auch Du bist Heavy und ich bin Pyro und Kein Zusammen sind wir Heavy Pyro Heavy Pyro Team und so Genau Äh Der einer hat nen brennenden grünen Kopf, der ihm die ganze Zeit HP wiedergibt Cool Achso, ähm, das ist so'n, so'n, so'n Hut, auch so'n Hut Komm einfach wieder nach da unten, wenn's geht Ja, warte mal, warte mal, ich muss mal kurz herausfinden, wo ich überhaupt bin Ach man, nein Weißg Mist Äh, ich geh mal hier lang Toll, wenn man keine Monie mehr hat Ja Kenn ich Ähm COD ist schwerer Oh Gott Boah, ich will unbedingt COD BO2 haben, ich weiß gar nicht Hey, wann kommt das raus, das dauert auch noch, oder? Mh, will ich das haben, dann will ich das nicht haben Weil, ähm, Black Ops fand ich schon recht scheiße, das bin im allgemeinen Okay, ja Ja Black Ops, dann ging von der Story extrem schnell durch Ja, ich fand's, ich hab's, äh, nochmal ein bisschen so bei jemand anders gespielt Es war okay, aber es war jetzt nicht Nichts, was ich mir jetzt unbedingt kaufen wollen würde Äh, ich lauf hier grad durch irgend so'n komischen Kanal Im Wasser Ach so, das ist, ähm Wo bin ich denn hier? Auf dem Weg zur Femmton Base, oder so? Kann sein Ich weiß es nicht, jetzt komm ich hier wieder unter Wasser irgendwo raus Ich weiß, wo du bist, aber ich kann dir grad nicht so helfen Hm Oh, ich lauf mal weiter Und wenn jemand Lust hätte irgendwie mit mir Portal 2 Coop zu machen, sag bitte einer Bescheid Was cool ist im Portal 2 Coop, wenn man in einer Tab gedrückt hält, dass man die Sicht des Anderen hat Also, dass man, dass unten im Bildschirm die Sicht des Anderen hat Okay Also, dass man nicht immer das einblenden muss, wie im, ähm, Let's Battle Ach so, aber andererseits musst du doch dann die ganze Tab drücken Nö, es gibt glaub ich auch so ne Funktion, wo man das halt lassen kann Ach so, okay, cool Ich weiß aber grad nicht, wie das heißt Na, zeig mal So, wohin, wohin zielt der, wohin zielt der? Ne, sieht man nicht Äh Wo ist denn jetzt die Feindliche? Wo ist denn das jetzt alles? Ich blicke gerade gar nicht durch Aber hier sind die Kämpfe, also wird's hier drin, wo, wird's hier drin irgendwo sein Ich guck mal bei den Toten, ob du irgendwann mal stirbst Ha, Mist Maus? Mist Mh Maus So, Team Blue Aber ne, hier runter geh ich jetzt nicht schon wieder Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel So So Battlements resupply Wow Hm Wie geht das denn? Toll, mein, mein Maus Toll, äh Du weißt, ne du hast jemanden umgebracht Jo Ich brauch Hilfe Oh ja, jetzt wurde ich gerade getötet Ich habe ein Gebäude zerstört Das bezweifle ich zwar, aber okay Also das Gebäude, also keine richtigen Gebäude Das sind dieser Sentry Guns und so Achso, ja genau, da habe ich eben eine gerade getötet So, wo bin ich nochmal Sniper? Und ich muss mal ganz kurz neue Batterie holen Da komischerweise die Batterie auch schon wieder leer ist Okay, bis gleich Bis gleich Oh Das war ein Raketenwerfer, könnte ich auch mal spielen Äh, bin ich gerade sofort gestorben? Ne, oder? Hm Egal Ich glaube nicht, dass ich so irgendwas treffe, aber ich halte einfach mal rein Vor allem, wieso bin ich auf einmal im blauen Team? Warum bin ich im blauen Team? Irgendwas stimmt da nicht Ich bin fast tot Ich bin fast tot Sanitator Aber wo kann ich das machen? Kann ich hier auch das Team wechseln? Nö Ich bin jetzt mal in die Ich bin fast tot Ja, ich bin fast bis zum Ich bin fast tot Untertitelung des ZDF, 2020